jo leute damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen shop video ich zeige euch heute wie immer was in den shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den shop drauf denn der shop ist in ca 15 sekunden da da mal gucken was heute reinkommt gestern gab es hier einen seltenen bunny moon skin zurück mal gucken was gleich sein wird lasst ein abo hier falls ihr neuer seid und damit ich sagen guck mal was reinkommt und 321 der shop ist da damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet da fangen wir direkt damit an schild ranger die beiden skins sind zurück extrem nice hier jetzt einmal dann die schädel sich zurück auch hier in allen stilen und da jetzt einmal hier die schädel ranger extrem nice skin ist auch schon sehr lange ich bin da gewesen auch hier im zweiten stil und es gibt auch noch hier einmal hier grinsender ghoul als rückenteil und natürlich gibt es einmal hier den geleiter noch und den skin worauf viele gewartet haben und zwar hier den schädel trooper gibt es noch mal sehr nice skin hatte ich jetzt auch schon seit über einem jahr und auf jeden fall ist heute noch mal zurück in allen stilen sogar ok also hat er hier keine logistie bekommen schade aber auf jeden fall extrem nice skin und ich weiß gerade gar nicht warum es die aufgaben gibt das verstehe ich gerade gar nicht weiß gar nicht ob ich schon dabei waren auf jeden fall ist der skin zurück ich hätte damit jetzt gar nicht gerechnet extrem heftig nach 342 tagen zurück dann gibt es dann eben einmal den flower skin ist jetzt auch nicht so wichtig der skin ist ja wirklich sehr sehr oft im shop hier auf jeden fall ganz nice dann gibt es dazu noch hier die scamp jacke nach einem monat zurück und das noch schon die gesamten vorgestellten gegenstände und an der stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf den schütze ein quater klicken und den code detour eingeben würde mich extrem freuen und damit gehen wir schon zu den täglichen gegenständen wo es einmal den pfennix gibt oder dieser lustige fuchs skin auf dem rücken hier mit dieser tasche einfach ist noch mal zurück nach 52 tagen dann geht es darunter einmal hier nachtlicht ja es geht mit sehr vielen farben fällt auf jeden fall sehr auf ist auch noch ganz nice 48 tagen zurück und da geht es einmal hier magma die animierte lackierung ich glaube sogar einer der ersten animierten lackierungen nach 58 tagen zurück und darunter geht es einmal wackeln nach 19 tagen zurück und da gibt es einmal hier noch line dance das ist sehr sehr cooler tanz sehr entspannt nach 30 tagen zurück und an letzter stelle geht es oberpeinlich nach 23 tagen zurück der packt sich einfach nur an den kopf und da gibt es einmal noch bunny moon die gestern im shop war und dann auch noch hier gönnen die süßes auch noch ein hello in the mode auf jeden fall ein krasser shop ich hätte jetzt auf jeden fall nicht gerechnet dass die skins zurückkommen finde ich auf jeden fall mega nice